Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir mit der guten Yamaha R6 2020 also nicht unsere natürlich unsere ist natürlich nur track only das gute bike hier aber ein paar kratzer scheiße und ich habe hier nicht kaputt machen Lukas das gute bike hier darf ich zum Glück ja noch ein bisschen auf der Straße fahren und deswegen bin ich jetzt hier gerade bei herbstlichem Wetter ihr seht überall Blätter 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 es ist schön es ist kalt aber ich will trotzdem Motorrad fahren so wie viele von euch ja auch ich habe mal eine Umfahr gemacht und da waren das bei Instagram glaube ich 80 Prozent der der gefragten oder der Teilnehmenden haben gesagt sie fahren das ganze Jahr und dementsprechend dachte ich dieses Video ist mega interessant für euch was ich da so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen kann weil ich fahre jetzt auch schon drei Saisons Saisons lang ganz Jahr sozusagen und da ich mich jetzt diesen Winter ja auch noch ordentlich auf der Straße tummeln werde da gibt es auch noch zum Livestreaming und so weiter noch ein kleines Update dachte ich mir ich mache ein kleines Video und zeige euch quasi einmal wie ich so den Winter überlebe und ein wichtiger Punkt ist hier ein guter Metzler M9RR gibt natürlich auch andere Reifen kennt ihr ja Metzler ist mein Partner ich bin super super zufrieden mit diesem Reifen und zum Beispiel auf der Street Triple die ich jetzt ja leider abgegeben habe war zum Beispiel ein Pirelli Diablo Super Corsa Ding da drauf und der ist einfach nicht für herbstliche Witterung gedacht also da hatte ich es wirklich die ganze Zeit Wheels bin auch wenn es nass war und so weiter das Ding kann alles dementsprechend habe ich den jetzt hier auch schon mal auf der R6 drauf und den Rest erzähle ich euch wenn wir ein bisschen fahren denn wir fahren noch einmal zum X-Store Augen zu machen Leute sehr gut können wieder Augen wieder aufmachen wir fahren jetzt zum X-Store denn mir ist ganz schön kalt an den Händen und auch an den Beinen und auch am Oberkörper denn X hat mich in diesem Jahr ja unterstützt unter anderem mit der ganzen Sommerkleidung ich habe hier eine Kevlar Jeans am Start ich habe geile Protektor Schuhe am Start hohe Schuhe am Start der Helm ist in Ordnung das passt eigentlich soweit und halt ich habe ja noch eine Hoodie Jacke oder die Jacke die sind aber beide nicht darauf ausgelegt das ist sage ich mal naja für für kalte Temperaturen jetzt gerade mit der Sonne geht aber das wird ja nicht den ganzen Winter beziehungsweise jetzt gerade ist ja noch Herbst soweit sein das ist so quasi ein kleines Vorbereitungsvideo auf dem Winter grundsätzlich natürlich immer Zwiebelprinzip also je kälter es wird desto mehr Schichten ziehe ich mir an und X hat ein paar geile Sachen am Start ich werde nämlich zum ersten mal eine richtige Textilausrüstung bekommen also das ist auch textil ich weiß aber so wie so eine Textilkombi bekommen für den Winter und ein mega geiles Gadget was ich noch nicht testen konnte weil der Akku nicht geladen war und zwar Handschuhe Handschuhe mit Heizung drin aber mit Akku also kein Kabel hier irgendwo dran machen oder irgendeine nervige Sache ans Motorrad ran bauen einfach Handschuhe beheizte Handschuhe mit einem Akku das finde ich voll geil und das werden wir gleich auf jeden Fall einmal testen und ich werde euch gleich im X da noch zeigen was ihr wenn das Video draußen ist wahrscheinlich sogar gewinnen könnt auf Instagram denn X verlost ein paar Helme richtig geil richtig korrekte Aktion die gönnen tatsächlich mal richtig und verschenken glaube ich drei Helme eurer Wahl von X also könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein deswegen bleibt auf jeden Fall gleich dran da gibt es alle Infos wenn wir im Store sind und in der Zwischenzeit kann ich ja vielleicht noch mal so ein bisschen was erzählen wie ich so durch den Winter komme grundsätzlich hatte ich ja gerade eben schon Zwiebelprinzip Zwiebelschichten sich anziehen ist auf jeden Fall immer gut eine Sache die ich auch immer noch nicht habe das kann ich euch nur ans Herz legen sind Pinlock Visiere das muss ich mir hier auch nochmal einbauen vielleicht haben die Jungs das für mich auch da da klebt man ja quasi ins Visier nochmal so eine Schicht zwischen und dadurch ist es eigentlich nicht mehr möglich dass dein Visier beschlägt was tatsächlich ab und zu ganz schön gefährlich sein kann auch eine mega gute Erfindung hier hat einer einfach kennt ihr FLM das sind Motorradklamotten doch oder und er fährt Fahrrad einfach sexy ist Teil genau das ist auf jeden Fall auch nochmal so Pinlock Visiere kann ich nur empfehlen und wenn ihr ein Bike mit Traktionskontrolle habt macht die Traktionskontrolle doch einfach einen Ticken höher schadet auf jeden Fall nicht bei kälteren Temperaturen jetzt ist hier ja voll Verkehr dieses Bike ey das ist schon geil eine 600er Supersportler in der Stadt fahren ey irgendwie ist das schon ganz witzig wobei bequem ist es nicht bin ich ehrlich fährt auch einfach los ne wisst ihr noch im letzten Video wisst ihr noch im letzten Video die Frau im Handy die auch gar nichts geregelt bekommen hat herrlich einfach nur herrlich so einen Hund will ich irgendwann haben ein Dobermann ich liebe Dobermänner aber ich darf noch keinen Hund in meiner Wohnung haben und ich habe ehrlich gesagt auch nicht einfach die Zeit dazu wo ich das ganze Laub hier sehe das fehlt auch noch ganz interessant das hatte ich vielleicht im letzten Video habe ich noch nicht richtig angesprochen ähm ich bin jetzt schon ein bisschen gefahren und bei den ganzen Temperaturen und bei der Nässe also wenn da Nässe auf auf Laub tritt dann kann es echt ganz schön rutschig werden ich habe mir mittlerweile angewöhnt dass ich fast nur noch hinten bremse also ähm wenn irgendwo Laub auf der Straße ist probiere ich schon ordentlich über die Hinterradbremse äh zu verzögern und nicht über die Vorderradbremse weil wenn dir das Vorderrad wegrutscht dann ist halt richtig Party angesagt hinten kann es ein bisschen wiggeln bzw da kannst du einfach ein bisschen rutschen dass es nicht so will aber das kann ich vielleicht mal so als als Tipp mit in die Runde geben ich habe auch mal meinen Fahrlehrer gefragt vor so einem Teil habe ich auch Angst äh das ist auf jeden Fall eine ganz nice ganz nice Möglichkeit um ein bisschen Safety zu bekommen und ja das vielleicht nochmal so ooooh das war auf jeden Fall Kirschgrün würde ich mal behaupten Alter ohne Scheiß von außen ist dieses Bike nicht laut ne aber wenn du hier drauf sitzt die das klingt voll geil ich habe voll das gute Feeling wenn die Hersteller das so langfristig hinbekommen dass man drauf sitzt und es hört sich mega nice an und draußen fuckt man keinen ab finde ich das ganz schön geil Alter ist es doch ist doch sexy oder nicht ich hoffe ihr hört das über die GoPro irgendwie wie ein richtiges Race Bike schön 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 ich hatte tatsächlich mal ein richtig krasses Erlebnis ich weiß nicht ob man das ob ich das aufgenommen habe und das vielleicht der letzte Tipp bevor wir mal fix zum X-Store springen fahrt nicht bei Glätte als ich die R6 abgeholt hatte ich muss mal gucken ob ich das noch irgendwo habe als GoPro Aufnahme oder so als ich die R6 abgeholt hatte bin ich einmal auf so ein Parkdeck gefahren und wollte da die erste Aufnahme beginnen und ich habe mich legit fast mit unserer R6 auf die Fresse gelegt weil es einfach also wenn glatt ist dann ist glatt und du kannst dich nicht mehr wehren wenn du über beide Räder rutscht dann kannst du dich nicht mehr kontrollieren ob du links oder rechts oder wie auch immer ich habe die Beine noch irgendwie runter gemacht die haben auch gerutscht oder sind auch gerutscht und es war der blanke Horror ich dachte bitte nicht und dann kam zum Glück so ein bisschen Grip wieder beziehungsweise dann war es wieder ein bisschen mehr trocken Ohne Scheiß diese R6 macht so viel Spaß auch in der Stadt ich finde man kann super durch die Blinker gucken Oh da kriegen wir sogar die Pole Position geil wer freut sich auch immer darüber aber auch beim Autofahren geht es mir immer so ähm ja genau also Glatteis da fahrt ihr immer besser nicht ich zeige euch jetzt gleich mal diese absolut geilen Handschuhe die werden wir dann auch gleich testen und äh ja wir sehen uns im X-Store let's go So Leute und damit bin ich jetzt auch im X-Store und ihr seht schon ich habe schon meine neuen Sachen an und zwar für den Winter habe ich jetzt hier ein bisschen Textil Outfit am Start und zwar eine RS 400 Jacke von EXS hat hier innen drin auch noch so ein Windbreaker kann man mit der Hose auch direkt verbinden richtig cool und dann habe ich noch eine Nairobi heißt die Nairobi Hose auf jeden Fall auch richtig cool hat richtiges Innenfutter drin hat auch die Jacke hat auch Innenfutter drin auf jeden Fall richtig fresh und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Part was wir gleich nochmal schnell auf der Straße testen werden und zwar Handschuhe und zwar sind das meine neuen Handschuhe für den Winter sind ein bisschen dicker und natürlich nicht so krass sportlich wie sonst meine Handschuhe aber ich werde damit lange Motorrad fahren können und dementsprechend auch viele Videos aufnehmen können weil hier der Battery Pocket da drin sind einfach Batterien drin Ich will die mal kurz zu zeigen da seht ihr die und die sind einfach angeschlossen an diesen Handschuhe hatte ich ja vorhin schon erwähnt kann man dann ganz entspannt aufladen einfach zu Hause und dann drückt man nämlich einfach hier drauf Dann beginnen sie einfach zu heizen für mehrere Stunden lang ja und das ganze da seht ihr nochmal 2 Stunden 3 Stunden 4 Stunden 8 Stunden je nach Hitze 2 Stunden auf voller Hitze 3 Stunden bei mittel 4 bei leicht und 8 bei wenig Hitze Ist auf jeden Fall für mich komplett in Ordnung für das was ich machen will dementsprechend wir springen jetzt wieder auf die Straße lieben lieben Dank an den X-Store und checkt auf jeden Fall heute auch das Gewinnspiel aus was sich um die ganzen Helme dreht auch sehr sehr fresh Ich glaube 3 Stück könnt ihr gewinnen 3 Helme nach eurer Wahl ist egal welcher richtig richtig cool also ab auf die Straße und wir testen nochmal schnell den Wärmehandschuh schonmal den Motor und jetzt testen wir nochmal schnell würde ich sagen diese Handschuhe ich mache jetzt einfach mal auf volle Pulle das ist ein Deal so jetzt leuchten die rot man kann ja auch durchdrücken guck mal dann sind das die verschiedenen Wärmestufen ich mache jetzt einfach auf Volldampf einfach Vollgas so und ich bin gespannt wann ich was merken und wann ich wahrscheinlich nur das Schwitzen beginne ich kann noch ganz normal greifen ganz normal fahren so guck mal und dann können wir doch gleich hier noch legal wieder drehen und die Handschuhe die heizen nicht wie irgendwelche Griffe Lul war das knapp krank äh die heizen nicht von unten sondern von oben und äh ok ich merke es jetzt einfach schon wie es warm wird oh mein Gott ist das geil ok krass die halten jetzt so 2 Stunden bei dieser vollen Pulle das ist schon in Ordnung der fährt ganz verrückt Auto schon wieder fanden alle schon wieder ganz verrückt Auto und ich hoffe damit werde ich den Winter überleben können Alter werden die noch wärmer ich beende das Video einfach wenn die an ihrem maximalen Hitzepunkt angekommen sind das ist schon echt krass also wenn ich mir überlege ich fahre jetzt gerade irgendwie morgens zur Arbeit oder sowas und äh da ist es noch arschkalt dann ist es mit denen auf jeden Fall ultra fresh die anderen Sachen die ich jetzt gerade an habe sind mit dem Hoodie den ich noch da unter hab auf jeden Fall auch viel zu warm da ist gerade noch nicht die Temperatur ich glaube wir haben jetzt gerade so 10 Grad oder so aber wenn das so Richtung 5 Grad geht und ich eine längere Tour habe dann äh ist es mit Pulli glaube ich perfekt von der Temperatur richtig richtig geil lieben Dank an den X-Store natürlich für diese geile Partnerschaft und Alter diese Handschuhe Leute ich habe ja leider keine Wärmebildkamera aber das ist schon ganz schön warm vor allem ist es so angenehm nicht stechend warm oder so sondern so richtig angenehm so richtig angenehm von oben ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben kann einfach schön und das heizt jetzt glaube ich richtig schön durch meine Hand durch also dementsprechend Winter-Videos Winter-Livestreams man munkelt da könnte auch was kommen wird es bei mir auf jeden Fall geben mit dem Outfit hier werde ich easy going GG werde ich auf jeden Fall easy überleben richtig richtig geil ich werde die Tage nochmal die anderen Stufen ausprobieren das ist jetzt gerade schon echt arsch warm ihr müsst es euch vorstellen wie eine geile Sitzheizung nur für die Hände also gut ich begebe mich jetzt gleich schon mal zum nächsten Video und wir sehen uns in zwei oder drei Tagen denke ich wieder haut rein vergesst nicht das Gewinnspiel ich muss das gleich runter machen und ciao